Na ja, es sind ja eben so welche Fützen durch, sag mal. Ja, pass mal rum. Sollen wir dich da vom Wuppeltrufer holen dann, oder was? Alle los mit dir. Hallo. Fährst du noch mal so an irgendjemandem vorbei, dann schieben wir dich da runter. Verstanden? Ja. Gut. Du musst ein bisschen aufpassen, ne? Oh ja, aber ich kann sein bisschen wer. Wer? Wer. Was, willst du? Ruhig bleiben. Ruhig bleiben, dann bleibst du auch mal ruhig. Oh, oh. Töpfe ich dir gleich da, wenn ich dir deine Klappe heben da. Sehr gut. Du musst doch mal abholen mit deinem Mann. Jo. Ey. So. Jetzt kann's. So. Jetzt hab ich euch ja schon. Ich hab euch gesehen, es gibt eine ganz dieke Anzeige, gibt es. Ich hab euch da oben beobachtet, wer durch die Riesenglas zeigt. Gehen und her. Das ist ein Flurschaden von 100 von Polen. Ist das okay? Ohne Nummer schiebt. Ohne Arzt. Freigesicht. Die Polizei kommt hundertprozentig schwer so. Kannst du dich? Ja. Kennst du dich? Ja. Alter Fuck. Alter Fuck. Alter. 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 und da die andere Seite Ich lege die Woche her die ich habe was ich habe hier hier Ich lege die Woche her ich meine Leute gibt es nicht ich meine Leute, ich bin hier ein Tag Es gibt noch eine Woche, okay? Entschuldigung? Die nächsten Mal, wenn du hier kommst, du kommst du hier, du kommst du hier, okay? Du kommst du hier! Ja, du kommst du hier! Beep! 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 That you Chris? What? That you? Zack! Hey! Hi! You're not Chris? No! Wherever you are, keep your ass off the land here, Mr. Lamb! No! No! Hey! Who's this guy? Hey! What? 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 Turn that son bitch off right now! Turn that son bitch off, guys! Hey! This your land? No! That was back there, it said he was supposed to be dad. Hey! 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 This ain't your land! I told your dad, I don't want motorcycles on our land here! Oh! He didn't tell me that! Yeah! Well, I'm telling y'all! Okay! Yep! Don't be driving up and down on the land here, guys! Alright! Wrong thing! Yeah! We've been doing it for a while! I don't drive on Chris's land, do I? No! Don't be running these motorcycles up here! The horses don't like it, the deer don't like it, and I don't like it! And he doesn't like it! So he knows you guys don't belong, okay? I see, I saw your tracks back there, you know, sometimes he wants to hunt! My grandson right there, he wants to hunt! Running these motorcycles up here doesn't help the deer! They want to get the hell away from here, right? Yeah! Yeah! Y'all, okay, y'all understand, so you understand why I'm a little upset! Yeah! Yeah! We don't want that! And whoever's hunting back there, they may just shoot your ass! Yeah! I'm not gonna shoot you! But somebody else might get mad enough! Yeah! Cause there's people that could hunt on the other side of our land back there! Yeah! So you want to really, during deer season, don't be pissing off people! Yeah! No! I think it's dead! What? No! Really? No, just put it in, just put it in neutral! God, sorry! I know, just put it in neutral! By the way, this guy right here, Nathan, my grandson, he wanted to go deer hunting back there! But after seeing the tracks, I knew that this was not a good day! And then you guys come and were like, wow! So y'all did mess up his deer hunting! Yeah! I'm sorry! Uh, so, technically, Ray's mom owns part of this hunting, so... Okay, guys! Alright, sorry! But... Hey, Nathan! You're right! I'm sure you're so big. You know what you're doing with the animals? You know what you're doing with the animals? We're doing great, don't you! You're not sure! You're doing the job! You've done it! You're doing it! You make you totally illegal! We're talking about it! We have the permission! You must show us! That's it! Ihr Lieben, das gilt nicht. Mein Mann ist Jäger, ich kann euch genau sagen, was hier läuft, okay? Und ihr macht das bitte nicht nochmal. Wisst ihr, was ihr mit den Tieren hier macht? Ja, natürlich. Das gilt nicht, okay? Fahrt bitte woanders. Entschuldigung. Fahrt nicht im Ball. Ja, tut es leid. Okay, tschüss. Tut es leid, ja. Und dann lasst ihr nicht. Ebenfalls. Entschuldigung. Das ist ein Flurschaden von Polen. Ist das okay? Ohne Unterschied. Ohne Art und Gleichsichtspannung. Die Polizei kommt 100 Prozent. Kennst du dich? Ja. Kennst du dich? Ja. Alter. Alter Fuck. Alter? 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 Ca lolek. Alter Sei? Alter? Ähm? Alter ist ja eine andere. Ei goes, Alter oder? Alter? Alter. Alter ist das schritt. Alter, Alter. Das ist Chris! Was? Das ist Zach! Hey! Hi! Goodnight Chris! No! Wherever you are, kick your ass off the land here! Is this your land? No! No! Hey! Who's this guy? Hey! What? 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 Turn that son bitch off right now! Turn that son bitch off guys! Hey! Is this your land? No! No! Hey! 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 This ain't your land! I told your dad that I don't want motorcycles on our land here! Oh! He didn't tell me that! Yeah! Well I'm telling y'all! Okay! Yep! Don't be driving up and down on the land here guys! Alright! Wrong thing! Yeah! We've been doing it for a while! I don't drive on Chris's land! Do I? No! Don't be running these motorcycles up here! The horses don't like it! The deer don't like it! The deer don't like it! And I don't like it! And he doesn't like it! So he knows you guys don't belong! Okay! I see! I saw your tracks back there! You know! Sometimes he wants to hunt! My grandson right there! He wants to hunt! Running these motorcycles up here doesn't help the deer! They want to get the hell away from here! Right! Yeah! Y'all understand! So you understand why I'm a little upset! Yeah! Yeah! We don't want that! And whoever's hunting back there! They may just shoot your ass! Yeah! I'm not going to shoot you! But somebody else may get mad enough! Yeah! There's people that could hunt on the other side of our land back there! Yeah! So you want to really! During deer season don't be pissing off people! Yeah! Yeah! No! I think it's dead! What? Really? No! Just put it in! Just put it in neutral! God! I know! Just put it in neutral! By the way! This guy right here! Nathan! My grandson! He wanted to go deer hunting back there! Bad for seeing the tracks! Man! I work all the time! That's what I've had! I work all the time! Man! I work all the time! You're running for the más! You understand? You're running for the más! ich bin ein Tag in der Woche Entschuldigung? Entschuldigung? Als nächstes Mal du kommst du hier du kommst du hier, du kommst du hier ok? Du kommst du! Ja, du kommst du hier! Fläck о всех acknowledge Biff Fläck Fläck Ja, pass mal rum. Sollen wir dich da vom Ruppertrucker holen, oder was? Sollen alle los mit dir? Hallo? Wo ist die? Fährst du noch mal so an irgendjemandem vorbei, dann schieben wir dich da runter. Verstanden? Ja. Ja? Ja. Gut. Du musst ein bisschen aufpassen, ne? Oh ja, aber ich kann sein bisschen mehr. Mehr? Ja. Was willst du? Ruhig bleiben. Ruhig bleiben, dann bleibst du auch mal ruhig. Ruhig bleiben. Teppich gehen gleich da, wenn ihr da seid. Lachen wir eben da. Ja, das ist gut. Du kannst mal abhauen. So. So. Hey. Jetzt kommt's. So. Jetzt habt ihr euch vermischt. Ich hab euch gesehen, dass es gibt ne ganz richtige Anzeige gibt es. Ich hab euch da oben...